Hallo, ich bin herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay und zwar habe ich heute einen Fan in der Runde getroffen. Erstmal Grüße gehen raus an Puma-Klette. Und auf jeden Fall seht ihr gerade das Gameplay dazu ein bisschen vorgespult. Und zwar kannte der Gute mich von YouTube und ja, der wollte halt erst die ganze Zeit einen Screen, wie man jetzt gerade sieht. Und dann habe ich das aber noch nicht gescheckt. Und dann schrieb sein Freund mir per MSG, dass er den Screen wolle. Und das ist jetzt keinesfalls Teaming oder so. Und ich möchte auch nicht das GOMA, die.net ziehen, dieses Band. Ich bin danach auch aus der Runde rausgegangen. Deswegen, ich habe keinen irgendwie bevorzugt oder so. Ich wollte einfach nur, dass mein Fan, sag ich mal, glücklich ist und seinen Screen bekommen. Wir haben nachher auch noch so gezockt. Also keine Sorge, ich habe keinen dadurch bevorzugt, bevorteiligt oder wir haben geteamt. Ich wollte einfach nur, dass er den Screen bekommt. Habe noch nachher da ein bisschen rumgeturnt mit ihm in-game. Und ja. Dann nebenbei wollte ich jetzt noch einfach mal sagen, wo ihr mich adden könnt. Das haben viele gefragt. Und zwar einmal auf Twitter unter xkotti könnt ihr mich finden. Ihr könnt mich auf Skype adden unter kotti.xd. Und ihr könnt mich in-game halt auch adden. Das nehme ich eigentlich immer an. Ihr müsst mir nur in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich geaddet habt und wie ihr heißt, damit ich euch annehmen kann. Und zwar heiße ich in-game xkotti, solltet ihr eigentlich auch mittlerweile wissen. Ähm. Und. Ja, eigentlich war es das auch schon. Ähm. Dann wollte ich noch ein Thema ansprechen. Und zwar, ich habe einen neuen Badwoss-Clan. Dieser Clan heißt Paranoia. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Clan. Sind echt nette Leute drin. Und ja, ich freue mich auf eine schöne Zeit mit euch. Und ja, Hashtag Paranoia sage ich einfach mal. Und vielleicht werdet ihr da bald auch ein paar CW-Clips sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Mit ö.